Weiß Gott, habe ich viele Jahre auf dem Buckel, aber ich habe noch meine eigenen Zähne im Mund. Nur die Beine, die wollen nicht mehr. Immer habe ich gebären müssen und gebären. Die beiden letzten ließ ich rohe Eselsmilch trinken, aber sie haben es vertragen. Keiner kümmert sich um mich. Da sagt der Sohn, die Mutter sei bisweilen nicht richtig im Kopf. Statt sich zu beschweren, solle sie lieber mal in diese Kamera blicken, das sei deutsches Fernsehen. Dann sähe sie vielleicht ihr Sohn Ismail und würde ihr von Deutschland Geld schicken. Also gut, nun blickt sie, die 104-Jährige, in die Kamera. Vielleicht sieht's jetzt der Sohn und schickt der Mutter endlich mal Geld. Die Deutschen, ach ja, das waren tüchtige Leute, die ließen unsere Arbeiten mit dem Holz, mit den Steinen. Weiß sie noch, wie der erste Zug gefahren ist? Nein, da war sie nicht dabei. Aber sie ist mal über die Brücke gegangen und da hat der deutsche Ingenieur geschrien, Frau, lass das! Die konnten ganz gut türkisch. Das ist mal über die Brücke gegangen und da hat der Brücke gegangen und da hat der Brücke gegangen.